Warum hast du dich für den VDWS als professionellen Partner im Wassersport entschieden? Ja, warum habe ich mich für den VDWS entschieden? Also wenn ich den VDWS so sehe, natürlich ich komme aus Deutschland, der ist da sehr präsent, gerade im Wassersport, aber für mich ist halt auch die Qualität super wichtig und das bietet der VDWS. Deswegen war es für mich eigentlich klar, ich nehme den und entscheide mich für keine andere Ausbildung. Sehr gut. Willkommen in der Wassersport-Szene. Welche Dinge hast du für dich als doch schon erfahrene Kitesurferin im Instruktorkurs noch dazugelernt? Also was mir total schnell aufgefallen ist, dass so ein Unterricht total kleinschrittig strukturiert ist, immer so Step-by-Step aufgebaut ist und das eigentlich auch super wichtig ist. Genauso wie ganz verschiedene Methodiken sowie Demonstrationen anders zu gestalten oder Simulationen zu machen. Also das war schon super schön. Natürlich auch ein großer Aspekt, immer ein Erklären damit bei. Aber auch die Sicherheit, das wiegt sich nochmal ganz anders auf. Natürlich, man ist immer vorsichtig in dem Sport. Man weiß, dass es mit Naturgewalten zu tun hat. Aber da hat man nochmal einen anderen Blickwinkel drauf bekommen, auf die Sicherheit, wie wichtig das wirklich ist. Und auch für die Schüler, dass man diese Verantwortung halt auch einfach trägt. Das war sehr schön. Und auch diese ganzen Lehrproben, die wir gemacht haben, waren auch wahnsinnig hilfreich, das auch mal selber zu erleben und zu machen. Das war schon schön anzusehen und auch super gut gestaltet. Und was gibt es denn für Aufstiegschancen für dich? Du hast jetzt die Ausbildung fertig gemacht, dann kommt dein Praktikum, dann bist du Lehrer und was ist danach? Wo geht es nach oben? Also es war mir vorher gar nicht so bewusst, was man damit eigentlich alles machen kann. Ich dachte so, Kitelehrer, ja, dann ist man Kitelehrer. Aber man kann tatsache ja auch Praktikantenausbildung mit einem gewissen Erfahrungsstand nachher und auch Stationsleiter zu werden. Und Teamleiter werden. Also dass man wirklich auch nachher die Instruktoren eigentlich ausbildet.